Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Marktplatz-PCs. Heute gucken wir uns mal den Kiebel-Trizera-V-Gaming-PC an. Und das ist wieder so ein typischer Otto-Gaming-PC, wo ich sagen würde, Mutti oder Vati, die gehen zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten hin, gucken im Netz, ich möchte gerne Gaming-PC für meinen Kleinen oder meine Kleine haben, suchen bei Google Gaming-PC und finden dann dieses Angebot an der Stelle. Oder 719 Euro von 999 Euro runtergesetzt, klingt erstmal cool, da sind ja knapp 300 Euro Rabatt, die mir hier gewährt werden. Und das muss ja wirklich ein echt geiles Teil sein. Naja, dachten wir fast. Ich stelle den PC wieder vor, zeige euch, was die Komponenten wirklich kosten, wie viel Gewinn der Anbieter hier an der Stelle macht und ob denn überhaupt die Konfiguration, die hier so eingebaut wurde, überhaupt Sinn ergibt. Also deswegen herzlich willkommen zu dieser Folge der Marktplatz-PCs. Ja, das Gehäuse, das kennt vielleicht der eine oder andere, aber vorne mit der Glasscheibe, das ist das Coling Observatory Mesh, äh, nicht Mesh, sondern das, ja, das ist das Mesh, aber es gibt auch das Observatory, das normale RGB. Das ist ein Gehäuse, das benutzen die, glaube ich, sehr gerne und ich weiß auch warum. Ich habe es auch in meinem Discord schon mal beschrieben. Dieses Gehäuse sieht ultra bunt aus und wenn Mutti oder Vati jetzt hinkommen und suchen dann von dem PC, dann denken sie so, oh, mein Sohn will aber ein RGB. Er hat gesagt, der PC soll leuchten, RGB und das ist ein RGB-PC. Der muss gut sein, der muss einfach gut sein. Aber was das nicht so ist, das lernen wir in diesem Video noch kennen. Auf jeden Fall gucken wir mal weiter, ähm, ja, hier ein paar Anschlüsse auf dem Observatory, einmal USB 3, USB 2, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, Mainboard gucken wir uns gleich noch an. Ansonsten haben wir vorne natürlich drei Lüfter, hinter einer Mesh-Front, Mesh-Front ist sowieso immer gut, also das finde ich das Gehäuse besser als das andere mit der komischen Glasscheibe, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Ansonsten, ja, das ist auch nicht das hochwertigste Gehäuse an der Stelle, man sieht das, glaube ich, hier hinten ganz gut. Ähm, das Blech sieht schon relativ dünn aus an der Stelle. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz in die Beschreibung. Das ist das Gaming-Around-Talent für alle gegen Spiele, Sirrba Bang, 77, Call of Duty Vanguard, Battlefield 20, spielt das überhaupt noch jemand, Far Cry 6, GTA 5 und viel mehr, bla 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 bla, blab, AMD ist zurück. Ich weiß nicht, ob die irgendwie gepennt haben, AMD ist schon zurück seit irgendwie fünf Jahren und die kommen jetzt mit, ja, AMD ist zurück. Der neue Ryzen 5 Prozessor, ja, so neu ist er auch nicht mehr. Neueste Nvidia Grafikkartengeneration ist das leider auch nicht mehr und Markenqualität bei all unseren Systemen. Ja, das ist auch immer wieder so ein oller Standardsatz. Ja, wir verbauen ausschließlich hochwertige Produkte von etablierten Herstellern, die beste Zuverlässigkeit und Langelebigkeit garantieren. Ja, es gibt aber eigentlich im Endeffekt auch keinen Müll mehr, außer vielleicht beim Netzteil, und da habt ihr sicher auch Müll eingebaut, das sehe ich jetzt schon. Ansonsten ist ja irgendwie alles von der Marke. Ob die Marke jetzt gut ist oder nicht, das spielt ja keine Rolle, und ob das jetzt das billigste Produkt der Marke ist, was sie auf den Markt gebracht haben, um irgendwie einen Office-PC-Markt anzusprechen für 300 Euro im PC, um das dort reinzubauen, das ist ja egal, das kommt hier auf jeden Fall zum Einsatz. Hier sind mal die ganzen Sachen, auf jeden Fall Service24 Basic Service gibt es, Systemhandbuch in Deutsch ist mit dabei, das ist auch immer ganz, ganz wichtig für jemanden, der gar keine Ahnung vom PC hat, und den Rest gucken wir uns jetzt mal im Geizheizpreisvergleich an. Beziehungsweise ich zeige euch auf Geizheiz mal die Komponenten, die hier drin sind, weil da sieht man das besser als hier. Beginnen wir mit dem Gehäuse, habe ich ja schon drüber gesprochen, das ist das Coolink Observatory Light Meshwarz, das kostet ungefähr 65 Euro, das ist ein ganz okayes Gehäuse, habe ich ja schon gesagt, kein wirkliches High-End-Ding. Hier sehen wir nochmal die Bilder, kommen mit vier RGB-beleuchteten Lüftern, drei vorne, einem hinten, soll eben nach was aussehen, ja, soll halt nach RGB-Beleuchtung aussehen, und das ist genau der Zweck, den das ganze Ding erfüllt, und den erfüllt das eigentlich ganz gut. Wir können hier verschiedene Farben umswitchen, ich denke mal mit dem Knopf, den man hier oben drauf sieht, diesen hier, also eine Mainboard RGB-Steuerung hat das Ding nicht, und ich glaube auch das Mainboard, was drin verbaut ist, hat keine RGB-Steuerung. Das Mainboard, was drin verbaut ist, das gucken wir uns mal an, und zwar ist das Asus Prime B450 MK, und das ist so ein typisches Augenkrebs-Mainboard, und das ist furchtbar, oh mein Gott. Dem ein oder anderen geschulten Auge wird jetzt vielleicht auffallen, dass das Mainboard wirklich grausam aussieht, aber immer eine 8-Pin-Stromversorgung hat. Dem ungeschulten Auge wird erstmal an dem Mainboard nicht speziell viel auffallen, deswegen will ich es kurz erklären. Grundsätzlich hat das Mainboard hier nur zwei RAM-Slots, das ist nicht gut, weil wenn hier zwei RAM-Regel drin sind, kann man später nicht mehr upgraden. Ein Mainboard sollte, man sollte immer ein Mainboard bevorzugen, was vier RAM-Slots hat an der Stelle, das ist erstmal die erste Sache, dann ist das ein M-ATX-Board, das ist nicht weiter schlimm, es ist nur sehr klein und kompakt, das ist also ein sehr, sehr kleines Board. Normale ATX-Mainboards sind länger hier unten, die sind hier unten länger. Ansonsten, und das sind wirklich die schlimmen Sachen, dieses Mainboard hat keine Kühlung für die MOSFETs. Hier sind Spannungswandler drauf, das sind diese kleinen Dinger, diese kleinen Dinger und die. Normalerweise bei guten Mainboards sind dort Kühlkörper drauf, die die Hitze, die die erzeugen, und die erzeugen viel Wärme ableiten, um eben auch bei Dauerlast, die man beim Spielen hat, eine hohe Leistung über langen Zeitraum zu sichern. Wenn die natürlich nicht gekühlt sind, spaut sich hier die Hitze, und wenn die wärm werden, nimmt die Leistungsfähigkeit von den Dingern ab. Soviel dazu. Also nicht so das geile Mainboard, dadurch ist auch der B450-Schipsatz, der hier verbaut ist, der Schipsatz, der sitzt hier drunter, der ist eine alte Generation, der ist nicht mehr brandaktuell, und ansonsten ja auch. Die Anschlüsse sind sehr rudimentär. Mit dem verbauten Prozessor können diese Anschlüsse, Grafikanschlüsse am Mainboard, nicht genutzt werden. Ansonsten finden wir auch noch einen alten PS2-Anschluss, den nun wirklich niemand mehr braucht im Privatbereich, sowie vier USB-3-Anschlüsse, zwei USB-2-Anschlüsse, Netzwerkboxe und normale Audio. Das ist ganz okay. Ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sehen bei dem Board. Nicht so viel zu sehen. Es kostet 54,20 Euro, und es ist damit eins der günstigsten Mainboards des AM4, also für AMD, die man aktuell tatsächlich kaufen kann. Es geht, glaube ich, mittlerweile auch kaum noch günstiger. Die Zeiten, wo Mainboards mal so 20, 30 Euro kosteten, die sind mittlerweile auch vorbei. Darauf sitzt ein Wizen 5 5500, und der ist im Anbegracht des Mainboards eine relativ gute Wahl, gut in Anführungsstrichen. Es ist ein Sechskerner mit zwölf Wets, und der bietet auch für normale Office-Sachen genug Leistung. Allerdings ist er eben nur mit PCIe 3.0 angeschlossen. Was bedeutet das? Das Mainboard und die CPU unterstützen jeweils nur PCIe 3.0. Das heißt, sie haben nur die halbe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie PCIe 4.0, was mittlerweile der Standard ist. Man kann sich das so vorstellen, man hätte jetzt zum Beispiel, ja, wie bei einer Festplatte, und die Festplatte wäre halt unglaublich langsam, weil sie wäre nur halb so schnell wie das Ganze. Die Datenverbindung, die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist also nur halbiert, und dadurch ist das System grundsätzlich ein bisschen langsamer, als wenn man jetzt hier einen Wizen 5600 und einen B550, also kein 450, sondern ein 550er Board einsetzen würde an der Stelle. Ja, die CPU kostet aktuell 87,60 Euro. Für meine Zuschauer, die schon länger dabei sind, die fällt auch immer weiter im Wert. Insgesamt keine schlechte CPU. Also hier ist grundsätzlich, das ist kein Müll. Damit kann man super arbeiten, aber es gibt eben auch für ein bisschen mehr Geld auch bessere CPUs. Das nächste, was Kiebel hier verbaut, sind 16 GB DDR4 RAM mit 3200 MHz. Da habe ich mal G-Skill AEGIS genommen, weil das ist wirklich der günstigste Arbeitsspeicher, Tiefspreis, den man aktuell kaufen kann. Knapp 30 Euro. G-Skill AEGIS, ja, solider RAM. Teilweise gab es Probleme früher mit den AEGIS-Regeln, dass die mal gestorben sind. Aber sollten die kaputt gehen, habt ihr immer noch eine Garantie. Von daher, ja, kann man jetzt nicht viel falsch machen. Haben aber auch keinen Kühlkörper drauf, muss man den, muss man auch so sagen. Die haben jetzt, wie wir sitzen, keinen Kühlkörper, sondern nur so einen Aufkleber. Aber, ja, ist jetzt noch nicht so schlimm bei Arbeitsspeicher. Da spielt das nicht so ganz die große Rolle. Ja, bei der Grafikkarte wird es ein bisschen lustig. Wir hatten ja gesagt, der PC kostet 700 Euro und hier kommt eine 3050 zum Einsatz. Wir hatten schon PCs für um die 700 Euro. Die hatten eine 3060 mit 12 GB und hier kommt eine 3050 mit 8 GB zum Einsatz. Die 3050 ist die Einstiegs-Grafikkarte von Nvidia aus der aktuellen letzten Generation. Eigentlich würde ich niemandem, der wirklich ernsthaft zocken will, eine 3050 empfehlen. Geht lieber auf eine 3060. Die kostet aktuell gut 80 Euro mehr ungefähr. Vielleicht ist es auch aktuell schon ein bisschen günstiger geworden. Aber die bietet halt irgendwie doppelte Leistung der 3050. Irgendwie ein bisschen 4 GB noch mal mehr Grafikspeicher, was auch wichtig ist. Und, ja, die 3050, die ist, ja, die ist okay, wenn ihr irgendwie casual Spiele spielen wollt, aber ist halt leider auch einfach nicht das Gelbe vom Ei und auch nicht zu empfehlen für einen Zocker. Ist ganz okay. Wie gesagt, die wird sie bei PCIe 4.0 angebunden. Das Mainboard und die CPU unterstützt nur PCIe 3.0, damit ihr das mal seht. Also die Grafikkarte kann ihre Daten, die sie produziert, nicht so schnell an die CPU weitergeben beziehungsweise überhaupt nicht so schnell ans System weitergeben ans Mainboard, wie sie sie berechnet. Dadurch wird sie noch mal ein bisschen ausgebremst in bestimmten Situationen. Ja, 3050 wäre nie meine oberste Wahl, vor allem nicht in 700-Euro-PC. Bei einer 500-Euro-Konfiguration wäre das vielleicht okay, wenn unbedingt eine Nvidia-Grafikkarte haben will. Aber vor allem in diesem Budget-Bereich, da hat AMD vor allem ein paar bessere Grafikkarten noch auf Lager, die dann einfach besser performen als eine 3050. Aber ja, okay, in dem PC einfach nicht so tolle. Nee, guck nicht so tolle. Was kriegen wir noch im PC? Eine 512 GB M.2 SSD, die wieder mal wie immer nicht näher bestimmt ist. Das heißt, der Hersteller hat hier freie Wahl. Es gibt schnelle NVMe-SSDs, es gibt aber auch langsame Modelle. Das ist jetzt hier ein langsames Modell, für was ich mich entschieden habe. Und weil wir ja gelernt haben, wo das eigentlich die Regel ist, wenn der Systemintegrator oder Hersteller nicht dazu schreibt, was verbaut ist, dann geht grundsätzlich davon aus, dass eins der schlechtesten Produkte verbaut ist. Weil ihr würdet doch auch nicht irgendwie einen, ihr würdet doch auch nicht irgendwie bei eurem Auto eine geile Funktion, die mega geil ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, elektrische Heckklappe und der Hersteller würde es einfach nicht draufschreiben. Also das Auto hätte es, aber der Hersteller würde es nirgends erwähnen, dass es diese elektrische Heckklappe hat. Das würde er doch nicht machen, weil das ist ein Kaufsargument. Und genauso wie eine schnelle SSD auch ein Verkaufsargument ist und eine langsame eben nicht. Und deswegen wird die langsame SSD nicht genannt. Deswegen wird die einfach nur von einer schnellen NVMe M.2 SSD gesprochen, auch wenn sie dann im Endeffekt langsam ist. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Festplatte natürlich immer noch 10 mal schneller oder 20 mal schneller. Naja, moderne Festplatten erreichen auch 200 MB und sie schreiben also im Lesen rund 10 mal schneller. Aber trotzdem eins der langsamsten Modelle. Deswegen habe ich es hier mal reingepackt. Kostet aktuell 26,29 Euro und damit relativ günstig. Ja, was sonst verbaut noch als Netzteil? Da gibt es auch wieder gar keine Angaben. Nur 80 plus. 80 plus. Und 700 Watt. Und da bin ich einfach mal gedacht, wenn schon ein Kohling-Gehäuse drin ist, haben sie vielleicht auch ein Kohling-Netzteil. Und das Ding ist wirklich... Oh mein Gott. Guckt euch mal diese Senf-Ketchup-Kabel an. Es ist einfach katastrophal. Und dieses Netzteil, da hätte ich ein bisschen Angst, dass mir das nicht in die Luft fliegt, wenn ich es in meinem PC hätte. Und da ist auch das Grund-Haupt-Problem. Da sparen die Systemintegratoren, wie Kibel oder sowas, gerne mal beim Netzteil. Weil da guckt jemand drauf. Er denkt so, ja, Netzteil, das erfüllt halt seinen Zweck. Aber wenn so ein Netzteil nicht, unbedingt die super sicheren oder nicht die wirklich gut funktionierenden Sicherheitsmechanismen hat, die es eigentlich haben müsste, nach einem Standard. Und das hier ist auch nur ATX 2.3, also nicht 2.5, also noch ein alter Standard. Auch ganz wichtig, noch ein altes Netzteil. Dann kann es mal basieren, dass so ein Ding und da vollerst euch einfach mal entweder den ganzen PC zerschießt, die Peripherie, die am PC dran ist, zerschießt oder einfach auch mal in Flammen aufgeht. Also das ist alles schon passiert bei solchen Billigdingern. Deswegen bin ich da mal nicht so der Fan von, wenn hier so No-Name-Dinger drin sind. Und das Co-Link ist wahrscheinlich so ein No-Name-Ding. Wir wissen nicht genau, ob es drin ist, aber ich habe es ja schon bei der SSD erzählt. Wenn der nicht draufschreibt, was drin ist, wenn er jetzt ein hochwertiges Bequiet oder ein hochwertiges Gigabyte oder ein hochwertiges Seasonic-Netzteil verbauen würde, dann hätte der das doch hingeschrieben. Weil das wäre dann ein Verkaufsargument und jemand, der sich ein bisschen auskennt, wüsste, okay, hier ist ein gutes Netzteil drin, den PC kann ich so empfehlen. Aber so gehen wir halt davon aus, dass hier ein Co-Link drin ist mit 1,5 Sternen Bewertung. Bevor wir uns den Preisvergleich angucken, wollte ich mal eine Sache sagen, die ich bei dem Keyboard PC echt schwach finde, also neben der ganzen schlechten Hardware, da ist nicht mal Windows dabei. Also ich habe nirgends Informationen zu Windows gefunden. Eventuell ist es installiert und auch aktiviert. Aber es hat der Hersteller nirgends hingeschrieben und normalerweise schreiben die das auch hin. Das heißt, hier ist kein Windows installiert, ihr müsst euch Windows also selber installieren über den USB-Stick und noch aktivieren. Was halt auch wieder blöd ist, weil wenn du schon so einen PC, der auf die Zielgruppe abzielt, die nicht so viel Ahnung hat, raushaust, dann pack doch wenigstens auch eine Windows drauf. Also bitte. Weil das ist dann auch das Klientel, sag ich mal, die dann auch wirklich jetzt gar keinen Plan haben, wie sie denn Windows auf so einem System installieren. Naja, das nur so viel dazu. Wir gucken uns mal den Preisvergleich an. Merken wir uns, der PC kostet 719 Euro bei Kiebel und im freien Handel kostet der PC 519,48. Der PC ist also genau 200 Euro teurer und ich weiß nicht, wie die das immer machen, dass das genau glatte Summen sind, die sie teurer machen. Wahrscheinlich gucken sie sich immer an, was kostet der PC aktuell im Eigenbau. Mhm. 519 Euro. Ja, 200 Euro Gewinnmarge. Klingt super und fertig. Ich wurde unter dem letzten Video kritisiert, dass ich sage, ja, aber die brauchen doch 200 Euro an jedem PC, sonst können die nicht überleben. Warum können andere Hersteller das auch? Große Systemintegrationen wie Dubaro, Memory, PC, CSL und auch Agando können günstige PCs bauen mit einem soliden Aufpreis, ja, können gute Angebots-PCs bauen und die auch eine vernünftige Konfiguration haben, das muss man dazu auch sagen, eine vernünftige Konfiguration haben und die verdienen dann an den PCs eben auch nicht 200 Euro, sondern 20, 30 Euro an jedem PC. Groot zusätzlich muss man dafür ausgehen, dass so ein Systemintegrator wie zum Beispiel Kiebel hier an der Stelle für die Komponenten nie so viel bezahlt wie wir im freien Handel. Weil wir kaufen die bei einem Händler. Der Händler will Geld verdienen. Kiebel kauft die direkt zum Beispiel beim Großhandel und kriegt dort nochmal Rabatte auf die Komponenten. Er bezahlt also gar nicht so viel für die Komponenten wie wir, hat also im Endeffekt nochmal eine höhere Gewinnspanne, die wir aber nicht sehen, da sie verdeckt ist. Soviel nur dazu. Auf jeden Fall mein Urteil zu diesem PC. Der Kiebel Tricera V Gaming PC mit Wizen 5500, RTX 3050, 16 GB RAM, ARGB-Lüftung, Beleuchtung und Lofkühlung. Den empfehle ich an der Stelle nicht. Die Komponentenauswahl ist nicht so dolle, vor allem das Mainboard ist Müll, das Netzteil ist Schrott, wahrscheinlich. Die SSD könnte ein sehr langsames Modell sein und ansonsten, ja auch eine 3050 empfehle ich nicht unbedingt zum Spielen. Es gibt für 720 Euro auch zum Beispiel bei großen Systemintegratoren PCs, die sind einfach grundsätzlich an der Stelle besser. Was ich noch ganz zum Schluss vergessen habe zu erwähnen, da steht ja hier Luftkühlung und werden wir mal auf das Bild gucken, der Luftkühler ist nicht näher bestimmt. Ich gehe aber davon aus, dass hier der AMD Stockkühler drauf ist, das heißt das System wird auch relativ laut und heiß, muss man dazu auch mal sagen. trotz des guten Erflos, obwohl er könnte vielleicht ein bisschen dagegen helfen, aber egal. Auf jeden Fall war es das wieder mit einer Folge der Marktplatz-PCs. Wir sehen uns entweder Montag bei einer neuen Folge der Gando-Wochen-Show oder am Freitag wieder zu einer neuen Folge der Marktplatz-PCs. Bis dann, macht's gut und ciao.